Wo bleibt der? Wo bin ich? Die kommen immer von allen Seiten. Ich hab keine Ahnung, wo ich zuerst anfangen soll. Okay, warte. Ach, scheiße. Genau. Leck mich mit deinem Kack-Granatwerfer, ne? Komm, Nate. Schnapp ihn dir. Na toll. Und ciao. Alter. Grenate! Ich muss hier ganz schnell weg. Ganz schnell weg. So, wo ist der mit der... Hier, ne? So, mein Freund. Ja, genau, Alter. Wo kommt der immer her? Ja, Alter. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Weißt du? Und daneben ist noch einer, der die ganze Zeit auf dich einballert. Es ist so dumm. Was ist mit dir, du Opfer, Junge? So. In your face, bitch. Und rein da. So, hat einer ne Waffe, ne vernünftige Waffe von euch? Oder nur wieder AKs? AKs, 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 AKs. Nice. Es ist alles nur AKs. Hä? Junge, was... Was ist mit euch? Seid ihr dumm oder so? Ey, kommen sie ständig von hinten angeschissen. Richtig asozial. Hat da unten nicht noch einer? Ja, jetzt wissen wir ja nur zu gut, dass gerade keine Zeit zum Looten ist. Ja! Ich lass trotzdem nichts unnötig liegen. Ich mach jetzt auch keinen dummen Jump mehr. Mit, nehm ich mit. Nein, ey. Gar nix siehst du. Einen Scheiß siehst du, Junge. Was ist mit dir? Muss hier weg. Äh, Tenzin, geh mal weg. Granate nehm ich mit. Nein. Seh ich nicht, mein Freund. Seh ich nicht. So, noch einer. Oder war es das jetzt? Endgültig. Was jetzt? Geh doch hoch oder runter jetzt, Nate, Junge. Ah! Tenzin kümmert sich drum. Nice. Tenzin, bester Mann. Komm, Tenzin, das schaffst du. Das ist eine Person. Ich hab hier fast die ganze Armee ausgeschaltet. Was ist mit dir? Komm, Tenzin. Zeig mal, was du kannst. Bitte, Tenzin. Hab ich gern gemacht, Tenzin. Ah, okay, wir sind durch. Endlich. Endlich. Endlich, endlich, endlich. Ja, nee, warte. Jetzt, jetzt. Nein, Tenzin. Du entspannst dich. Tenzin. Halt die Fresse jetzt. Ich geh erst looten. Dann komm ich, Tenzin. Kannst du dich mal. Wirklich. Jetzt, wo ich weiß, dass es vorbei ist, will ich nichts liegen lassen. So, dafür kletter ich auch gerne nochmal hoch, Freunde. Die Zeit nehme ich mir jetzt. Wir haben schon genug Zeit verbraten für diesen Kampf, also nehme ich mir jetzt die Zeit zum Looten. Die müssen wir drinnen haben. Ich weiß, ich muss zwar morgen früh raus, aber, ey, wir haben gerade mal 20 Uhr 20. Wir haben noch Zeit. Oder? 20 Uhr 20. Ist doch noch früh. Da stehe ich normalerweise auf. Um die Uhr Zeit. Okay, ist jetzt ein bisschen krass, aber. Ich brauche auch kein Tippspiel. Nein, ich will erst looten. Ich will erst looten. Viel. Also lass mich looten. Und hör auf, mir Tipps geben zu wollen. So. Also ohne die GAU ging es irgendwie besser. Oder? Also. Man muss zu viel einstecken mit der GAU, weil man zu langsam ist und zu unflexibel. Gut, aber hier liegt nichts mehr. Hat sich echt gelohnt. Und. Dann geht es jetzt weiter. Tenzin. Wo bist du? Tenzin. Tenzin. Ah. Jetzt wäre ich fast dran vorbeigelaufen hier. Einsatzschilds brauche ich nicht. AK will ich nicht. War ich hier schon drin? Ja, ne? Ja. Okay, Tenzin. Nur ne Schrotpistole. Sind sie da oder nicht jetzt? Scheinbar nicht, wa? Hm. Was? 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 Oh, scheiße. Äh. Oh, scheiße. Spring. Spring. Genau, alter. Ist klar. Ist klar, Jungs. Was soll denn jetzt der Panzer? Kapitel 20. Katz und Maus. Oh. Oh. Du scheiße. Alter. Hab ich mich erschrocken. Moin. Ich bin gar nicht da. Tenzin, öffne diese Tür. Mach um, Tenzin. Ja. Und rein da. Die AKs muss ich liegen lassen. Wui. Er ist hier drin. Ja, genau. Ach, da oben ist noch einer. Ja, komm her. Dann auch noch mit Laser-Visieren. Hallo. Ich glaube, es hackt. Scheiße. Hör auf, dich zu bewegen. Danke. Sehr, sehr freundlich. Ich muss jetzt die AK nehmen. Scheiße. Geh rüber, Nate. Brava, Junge. Boah, alter. Ist das laut. Holy shit. Voll zusammengezuckt. Hu, hu, hu. La, 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 la. Oh Gott. Guck mal, eine Granate. Muss ich hier rüber? Wow. Gute Frage, Nate. Gute Frage. Ja, nee, ist klar. Junge, ich brauche Deckung. Ich brauche keine Deckung. Ah, lauft nicht. Panzerfaust! Panzerfaust! Wow. Action, Freunde. Action. Nee, nee, nee. Verpiss dich. Nehme ich mit. Hu. Moin, Freunde. Alles fit? Hier liegt keine Munition. Das macht mich gerade ein bisschen traurig. So, ich muss rüber. Jippie! Aha, M4. Ja, danke. Spiel, danke. Wo jetzt? Ach, hier. Let's go. Ja, genau, Alter. Ja, genau. 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 Und das überlebt man. Genau. Das überlebt man. Ja, ja. Ja, ja. Alter, was ist mit dir? Lauf doch, Nate. Nein, 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 nein. Lauf. Tenzin! Wo ist er? Ab. Der ist... Tenzin, wo bist du? Habt dich gehört, mein Freund. Da ist der. Scheiße, jetzt habe ich eine Kackwaffe. Das war keine gute Idee. Gar keine gute Idee. Ich gebe euch den Tipp. Sucht euch Deckung. Hilft viel. Oh Gott. Ey, wenn hier irgendwo ein Collectible liegt, ne? Es wäre richtig gemein. Es wäre richtig gemein. Wer denkt denn in dieser Situation jetzt an Collectibles? Also, ich natürlich, aber, äh... Wer sonst? Genau, der Panzer fällt auch nicht runter. Natürlich. Sehr, sehr realistisch. Sehr, sehr glaubwürdig. Naughty Dog. Sehr, sehr glaubwürdig. Es ist gerade zu ruhig. Ich wollte gerade fragen, wo kommt der Panzer her? Von links! Ich sehe nichts, Mann. Au, au, au. Das tut weh. Stop, stop, Gott, Gott. Was? Nein, ich wollte nicht die Micro-Mensch. Du bist tot, Ray. Bin ich das? Bin ich tot? Okay, der hat echt scheiße Deckung genommen. Ich muss besser in die Deckung gehen. Moin, Jungs! Hab da ne Kleinigkeit für euch, mit der will ich Headshots verteilen. Headshot. Zumindest der letzte war noch ein Headshot. Ah, du Drecksack. Was ist das hier? Na, AK. Will ich auch nicht. Ist da noch einer? Ne? Sehr gut. Panzerfaust! Jawohl! Dann noch ne FAL. Ja. Nicht die Deckung, Nate. Ich muss hier weg, aber ich weiß nicht, wohin. Beruhig dich mal bitte, Nate. Was ist mit dir? Komm runter. Ich komm hier nicht weg. Ich komm hier nicht weg. Ich werd von zwei Seiten belagert und komm hier nicht mehr weg. Schön. Ach komm, leck mich doch am Sch... Was heißt hier Feigling? Ihr bedroht mich ja mit der einen Bazooka nach der anderen hier. Hä? Wo soll ich denn hin, bitte? Nee, hier kann ich nicht raus. Dann wär ich sofort tot. Ach da! Ach da! Lauf, Nate! Und Deckung! Deckung! Deckung, Nate! Danke! Ui! War da nicht noch einer? Wehe, der kommt... Von wo? Ach da! Der kleine... Huch! Genau! Mal wieder schön dreckig von hinten. Yay! 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 Tschüss! Ich peche raus, Nate! lebt der andere noch gott sei dank nehme ich mir mal eine panzer und schießt die panzer faust auf dem panzer drauf so reicht aber leider noch nicht na komm oh gott liegt hier noch eine panzer haus zumindest liegt hier noch eine fal ja genau von wo von wo ich hoffe wirklich dass ich hier erzählt bin irgendwie hat du drecksack kleiner drecksack so aller ha 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 komme ich hier hoch ich komme mir nicht hoch ne doch da nate kletter da hoch kletter da hoch nate panzer faust weiter ok freunde kannst du mal mit einem scheiß laser bis hier jetzt reicht's freunde also man kann es auch übertreiben ja ja genau wieder genau in dem moment wer schießt denn da noch auf mich ich geh da jetzt rüber jay holl genickbruch my friend so gib mir die panzer raus gute nacht ich hab mich einfach selbst weggesprengt hihi ich hab zwar den panzer erwischt aber mich auch selbst weggesprengt das war geil das war dumm aber geil ha 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 ah schöner fail scheiße man lasst doch mal boah alter haben wir es jetzt wow und dann kommt der panzer wieder möhö komm Junge komm den machen wir auch noch platt da ich vergesse immer den scheiß panzer ne so der ist down und rüber jetzt go so und jetzt baller ich mich nicht selber ab halten na komm schießt ma ha 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 ja 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 sie schäfer wo ist schäfer da mit nate sie haben schäfer man natürlich weil er den Dolch hatte ja ich weiß hey keine diskussion wir müssen los Okay, gut. Dann rutsch rüber. Okay. Okay. Er ist bestimmt im vorderen Fahrzeug. Müssen Sie einholen, bevor Lazariewicz Ihnen die Finger kriegt. Okay. Ich hab ne Idee. Was machst du denn? Ich mach die Straße frei. Hier, lenk du mal. Was? Na, mach schon. Warum hast du mich denn nicht gleich ans Steuer gelassen? So weit hab ich nicht gedacht. Ja. Nicht so wackeln. Okay. Genau so. Okay. Los geht's. Noch ein bisschen. Genau so. Kapitel 21. Kolonne. Idiot. So. Wow. Ich muss hier runter. Achso, ich muss hier runter. Ciao. Wuhu. Lass mich rein. Es leckt gerade. So. Boah. Boah. Mich nervt, mich nervt gerade das Motion Blur extrem. Das sieht leider richtig kacke aus. Ja, genau in dem Moment. Ich muss hier weg. Yippie. Auf den nächsten Truck. Na, nach, Nate. Scheiße. Nate. Er jumped mal wieder daneben. Oh. Das Zielen. Ich sag's doch. Manchmal das Zielen ist echt. Ich hasse diese Passagen, in denen sich alles bewegt. Scheiße, das Ding brennt. Toll, jetzt wend's. Nee. Immerhin diesmal nicht daneben gejumpt. Ach, komm. Ja, genau. Gib mir den. Yippie. Freunde. Ja. Jetzt können wir noch mal miteinander reden, Leute. Hä? Wer will noch mal? Ich hab hier gute Argumente. Verzupft euch. Jawohl. Geil. Kommt da noch welche? Lasst Elena in Ruhe. Ihr Schweine. Komma. Jippie. Ach so, die Webcam Bar. Oh, sorry. Alles klar, da hinsen? Ja. Das Fahrzeug da. Halt drauf. Festhalten. Haha, ihr blöden Penner. Jetzt seid ihr dran. Oh, Mist. Natürlich haben wir das überlebt. Wir sind in einem Videospiel. Die kommen da jetzt hoch. Pass auf. Da. Moin, moin. Äh. Äh. Warte. Passt wie früher, he? Kannst du laut sagen. Und was jetzt? Wir gehen zu dem alten Kloster. Was sonst? Da ist Schäfer. Verdammt! Was ist los? Nazarewitsch hat ihn. Oh nein. Wirst du das schaffen? Aber sowas von... Kapitel 22 Das Kloster Fast geschafft. Alles okay? Jetzt leise. Komm. Nicht schlecht. Männer. Nein, nein, ich hab die Berge gemeint. Ehrlich. Na los. Schön ist auch für die ganz Perversen. Man kann die Kamera auch nicht nach oben schwenken und Ellen dann nochmal auf den Arsch gucken. Lässt das Spiel nicht zu. Du kannst nach rechts und nach links, nach unten, aber nach oben nicht. Clever, lieber Entwickler. Hab dich. Ich weiß. Auch. Ich weiß. Äh. Dass du das mal schickst. Nichts.